Hi meine lieben Zockies, grüß euch. Weiter geht's. Hier haben wir wieder ein Double Feature drin. Magic Mirror Bilks gegen den Random Joker auf 1 Euro und hier ein bisschen weniger. Hier Restgeld, da viel Geld. Wir schauen mal. Ab geht's. Boah, zwei miteinander auf sechs fliegen blieben. Das ist stark. Oh, Double Feature. Schon wieder sechs, Leute. Schon wieder sechs. Verrückt, oder? Oh, wow, die Fleischbüche. Jetzt haben wir da gedacht, der gibt so Schläge. Jetzt haben wir sie. Sehr schön. Jetzt haben wir den Retrigger, glaube ich. Gibt's das Retrigger? Ja, Retrigger. Das ist das Magic Mirror Glücks 2. Gibt's ja auch drei oder vier verschiedene Versionen. Hier ist das Retrigger. Ab geht's. Trigger. Fricker mich mal zehn an, ey, ja. Dann ziehen wir mal einen Fünfer. Ja, ich bin nicht mehr. Dann verstehen wir mal einen Fünfer. Ja, ich bin. Ja. Ja. Ja, ich bin nicht. Ja, ich bin nicht. Mach ich dorm. Ich bin nicht. Ja, ja. Ja, ich bin. Hans Kinkinkink oder Bube? Na ja, ein bisschen Geiz-Krägle ist ja schon, ne? Jetzt gehen wir da rube! Ah, klingt jetzt gut! Na ja... Aber jetzt nix auf 1,50. Wir schauen hier noch ein bisschen, Leute. Und da wollen wir mal den Joker-Trigger ansehen. Random Bonus. Also ähnlich wie ein bisschen Tiara, wie es mit Früchten ist. Da kommt ja auch hinten die Krone. Die multipliziert sich dann. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Das war's für heute. Das ist sogar geil so ein bisschen. Was haben sie so an sich? Oh, haben wir ihn mal gekriegt. Oh, nice. Oh, schaut nice aus. Geil. Ah, geiler Random. 120. Nice Bild. Hat sich schon wieder lohnt das Video. Für das Bild sieht man nicht so oft. So, innerhalb von 2 Mauer Cash geben wir 24 Euro dazugekommen. Das ist nicht schlecht, Leute. In der Realität werden wir schon eben 24 Euro einfach so. Ja, und ich weiß, dass er mich jedes zahlt. 75% zahlt er halt. Ja, schön, das Bild an ihm. Oh, jetzt gibt es nochmal. Komm, gerade. Ah, da kommt er nochmal. Ah, ja gut, okay. Ein bisschen was ist auch nochmal. Ja, kurz ein knackiges Video, Leute. Und jetzt, oh, schade. Jetzt kriegen wir hier die Freispiele schon. Magic haben wir gesehen. Entschuldigung, hier am Random-Joker ein schönes Bild, wollte ich sagen. Nicht schlecht. Taucht, taucht, taucht. Ja, kurz Videos für unter der Woche mit schönen Bild am Rennen Joker. Und hier lasse ich noch ein bisschen Geld drauf, Freunde. Zum Nachbuchen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Mal ein bisschen zuschauen. Ah, schade. Das scheiß Kabel. Bis zum nächsten Mal. Ich hel thing dir. Untertitelung des ZDF, 2020